Hallo und Willkommen bei LTE Messwagen.de Jetzt möchte ich nochmal einen Film auf YouTube hochladen und dieses per Video dokumentieren. Zugleich höre ich hier von XL Music Parallel Musik im Hintergrund, auch über YouTube. Und dann diesen Laufen, was eigentlich meine Geschwindigkeit extrem beeinträchtigen sollte. Schauen wir mal, ob das dann tatsächlich so ist. Jetzt müssen wir das Video suchen. So, wir laden diesen Film hoch. Diese hat 79,1 MB. Jetzt suchen wir jetzt noch Parallel Musik ohne Stoppuhr. So, wir laden diesen Film hochladen. So, ich muss mich auf die Seite sehen. So, let's stop in the upper side. Den Vergleich mit DSL, den spare ich mir jetzt. Den darf ich jeder selber machen, wo ein DSL anschluss hat. Mal eine Datei versuchen, mit ca. 80 MB. Diese hochladen. Mal selber stoppen. So wie lange es dauert. Ich werde jetzt hier 80 MB hochladen. Ja, jetzt noch mal 10 Minuten, jetzt lasse ich mal. Ohne normale DSL habe ich jetzt hier über eine halbe Stunde gebraucht. So, hochladen über die neue LTE Technik. Jojojo, kein langes Gelaber. 5XL Start. Den Beat könnt ihr euch wie immer in der Videobeschreibung runterladen, damit ihr das Ding unterwegs hören könnt. Auf dem MP3 Player, auf dem... Spielen jetzt mal weiter. Zugleich nebenher Musik laufen lassen über YouTube. Sensation. Gerniger Minute 60 bis 27 Sekunden für... ...80 MB. So schön, weil ich habe jetzt noch ein Zünder, hat noch mal eine kleine Größe. Die Lasse ist auch noch mehr hoch. So, wir haben 64 MB. Und dann ist es so hoher, bis mit 0. Wir stoppen den Upload. Okay. So schnell kann ich die Dalt 3 gar nicht mehr umbenennen, wie so hochgeladen ist. Und dann ist es so hoher, wie das Formel ist. So, eigentlich nur jetzt 18 Sekunden für eine Kartei mit. Man weiß es nicht mehr, aber es war irgendwas mit dem Legawald. Super schnell das neue LTE. Da geht ein YouTuber nur zu erzählen. Man kann das Internet ganz normal weiter nutzen. Ohne dass irgendwas hart ist. Und dann muss die Videos und irgendwas dauern. Während dem Hochladen eine Filme. So kleine Dateien mit 100 MB. Die schuckzuck passiert größer der Welt. Auf jeden Fall fällt es nicht schneller über, als über das DSL. Das DSL ist in meiner und meinen Augen falsch zu treffen. So, alle Informationen verteidigt bekommen hier auf lpmswagen.de. Hier gibt es dann einen Link direkt zu unserem YouTube-Kanal. Den wir jetzt mal gelogen haben. Und auch dieses neue O2-Menü findet sich jetzt gleich glatte. Wir können hier direkt von der Start der Seite aus TVN oder DVD sagen. Wenn ich jetzt nicht so glatte, dann kommt es jetzt auf die YouTube-Kanal. Das hat mich sehr viel Zeit und Mühe gekostet. Ich hoffe, euch gefällt es. Somit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonnieren, Daumen hoch, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.